... der Felix Blei aus Jena von Miraclex unterwegs in Sachen Drug-Checking. Herzlich willkommen Felix auf der Handfahrrade. Kleinen Applaus. Vielen Dank. Ich nehme euch mal gleich mit auf eine kleine Reise. Ich fange an mit einer Metapher. Stellt euch mal vor, ihr kommt in eine Bar, schlagt die Karte auf und auf der Karte steht einfach nur Alkohol. Keinerlei Angabe zum Alkoholgehalt. Und die einzige Chance, die ihr jetzt habt, ist, das Glas zu bestellen, zu trinken und abzuwarten. Da kann natürlich alles dabei sein, bei 5% Alkohol, ein kleiner Schwipps, bis hin zum Koma, wenn das Ganze hochprozentig ist. Das klingt erstmal unglaublich, diese Situation, aber tatsächlich liegt diese Situation ganz genauso für alle illegalisierten Substanzen in Deutschland vor. Niemand hat wirklich die Chance, rauszufinden, was ist in meinem weißen Pulver drin, ist da vielleicht noch Crystal Meth drin, Tierentwurmungsmittel. Es gibt so super viele unterschiedliche M&M-A-Pillen, die alle gleich aussehen. In manchen ist dreimal so viel drin, wie in der ersten. Es gibt eine Vielzahl an synthetischen Derivaten. Nur als Beispiel auch die synthetischen Cannabinoide, die auf CBD-Gras aufgesprüht werden und wirklich gravierende gesundheitliche Folgen hervorrufen, bis hin zum Tod. Das klang jetzt erstmal alles negativ, aber ich habe auch gute Neuigkeiten. Es gibt nämlich eine Lösung für das Problem und diese Lösung heißt Drug-Checking. Das heißt, ihr müsst eure Substanzen vor dem Konsum analysieren. Und genau auf dieses Problem bin ich quasi in meiner Doktorarbeit aufmerksam geworden. Ich hatte die Ehre, über Magic Mushrooms zu promovieren. Das heißt, ich kann im Labor Pilze anbauen. Ich habe die auch wild gesammelt und alle diese Pilze hatten eins gemeinsam. Der Wirkstoffgehalt hat sehr, sehr krass geschwankt. Und ich habe zwar im Labor eine tolle HPLC, um das zu bestimmen, aber ansonsten halt niemand. Und da wäre es doch toll, wenn es einen einfachen Farbtest gäbe, so ähnlich wie so ein PH-Test, den jeder vielleicht sogar selber noch durchführen kann, um diese Konzentration zu bestimmen. Denn dieser Wirkstoff steht gerade aktuell sehr krass im Fokus, zum Beispiel gegen klinische Depressionen in der Anwendung. Und ich habe es geschafft, in der Uni mittels eines Förderantrags nicht nur diesen Test zu entwickeln, sondern auch Tests, mit denen man jetzt schauen kann, wie viel MDMA ist in meiner Pille. Wie hoch ist die THC-Konzentration, wie hoch ist die LSD-Konzentration in meinem Plotter. Ich entwickle das auch parallel noch weiter. Wir sind gerade dran, für Speedene-Tests zu machen und auch für das Mescalin im psychoaktiven Kakteen. Und all diese Tests, vor allen Dingen auch in Verbindung natürlich mit anderen Tests zu fahren, bilden jetzt die Grundlage dafür, dass wir in Thüringen das erste On-Site-Drug-Checking machen können. Das heißt, ihr findet uns auf Partys und Festivals, dort kann man seine Substanz abgeben, wir analysieren die und im Nachgang, weil es nämlich ein tolles Kooperationsprojekt ist, zusammen mit dem Drogerie-Projekt, gibt es mit dem Analyseergebnis auch noch eine ganze Menge an wichtigen Informationen mit. Also zum Beispiel, man wird nicht alleine gelassen mit dem Wirkstoffgehalt, sondern kriegt auch noch ein Feeling, wie viel Wirkstoff eigentlich welches Ergebnis, welchen Effekt auslöst, welche Risiken man vermeiden sollte. Und da stellt sich mir noch die Frage, klingt alles super, Drug-Checking, was könnte man eigentlich dagegen haben? Fallen euch vielleicht selber irgendwelche Argumente ein, auch von konservativen Leuten, was man so gegen Drug-Checking hätten könnte, haben könnte? Sehr gerne. Also Klassiker ist, ganz viele Leute argumentieren und sagen, der Konsum wird an sich erhöht. Das heißt, der Einzelne konsumiert immer mehr und auch Leute werden mehr zum Erstkonsum verführt und parallel schafft es quasi auch eine falsche Sicherheit. Das heißt, Konsumenten hätten jetzt einfach voll viel Spaß beim Drogenkonsum und machen sich keine Sorgen mehr drüber. Das Gute ist auch hier wieder, im europäischen Ausland gibt es Drug-Checking schon seit Jahrzehnten. Also wir blicken da auf eine Fülle an Daten und Studien und diese zeigen, dass in Ländern mit schon jahrzehntelangen Drug-Checking-Projekten nicht mehr Drogen konsumiert werden. Es werden auch nicht mehr Erstkonsumenten quasi verführt, sondern ganz im Gegenteil. Das Drug-Checking bietet einen sehr, sehr großen Mehrwert für die Konsumierenden, vor allen Dingen, wenn es in einer Verbindung mit einer Beratung im Anschluss stattfindet. Und genau das machen wir in Thüringen. Wir haben das nämlich auch kombiniert mit einer Beratung. Und das ganze Projekt wird im Abschluss von der Charité evaluiert. Das heißt, wir haben noch einen kleinen Fragebogen. Und damit können wir auch in Deutschland allen konservativen Leuten zeigen, wie wichtig auch bei uns Drug-Checking ist. Und dass wir quasi sogar zu den gleichen Ergebnissen kommen. Und nachdem derjenige das Ergebnis erhalten hat, kann er jetzt quasi wirklich selbstbestimmt eine Entscheidung treffen. Das ist unser Ansinnen. Und das war vor allen Dingen auch durch viel Eigeninitiative in Thüringen möglich. Und mittlerweile haben wir es geschafft und sind wirklich ein landesfinanziertes Projekt. Das heißt, wir sind auf Partys und Festivals. Ihr könnt zu uns kommen, die Substanzen abgeben. Und wir möchten aber auch noch, dass es natürlich weiterhin sich ausbreitet und etabliert wird. Und einfach jeder die Möglichkeit hat, bewusste Entscheidungen zu treffen. Danke schön. Und ihr könnt alle dabei mithelfen. Also werdet alle so ein bisschen zu so einem Influencer für die Sache. Sprecht mit euren Freunden und Bekannten. Weitet so ein bisschen den Horizont Richtung Substanzanalysen. Gebt vielleicht noch einen kleinen Ausblick, wie wichtig auch das therapeutische Potenzial von einigen diesen Substanzen sind. Und ihr könnt uns gerne unterstützen. Guckt mal auf unsere Webseite, Miraculix Lab. Wir haben auch einen coolen Instagram-Kanal und coolen Merchandise. Testkits könnt ihr auch bei uns erwerben. Stand ist auch gleich da drüben. Wenn ihr nochmal vorbeikommen wollt, wir haben ein cooles Sticker. Und sprecht uns gerne nochmal an. Vielen lieben Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.